Witzige Bugs bei der Mattenwagenverfolgung. Wenn man Kinnhaken und Springen gleichzeitig drückt, kann man einen super hohen Jump machen. Und das war eigentlich nicht als Hochsprunghindernis gedacht. Wenn man von einer Schallwelle getroffen wird, schiebt die einen manchmal aus der Map. Die zerstörten Hürden haben sich irgendwie entschieden, ein komisches Eigenleben zu führen. Spooky. Und wenn man von einem zweiten Tennisball erwischt wird, macht er zwar keinen Schaden, fett es dann aber ordentlich weg.